Ja, ganz cool. Ich liebe das. Im Sommer fast 25 Grad oder was. Keine Ahnung, 20 Grad. Oldenburg. Es regnet. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Das nieselt auf jeden Fall in die Kamera. Ja, mein Sohn ist da immer noch. Der Sonntag erstmal. Der zockt hier ein bisschen Spiele auf die Xbox. Ganz angenehm. Bei der Treppe muss man im Winter ein bisschen aufpassen. Das macht immer ein bisschen Moos. Ich schrubbe das immer ab. Hier mit dem Schrubber einmal die Stufen schrubbe ich einmal ab. Da so mit dem Schrubber und mit Wasser aus dem Pool, also bei älterem Wasser. Dann schrubbe ich das Moos da einfach runter. Und dann ist die Treppe auch nicht mehr flutschig oder glitschig. Ich habe schon ein paar Leute erlebt, die da runter geflogen sind. Aber naja, ist auch nicht mein Problem. So, das war's.